Die Partei AfD wird von allen anderen Parteien abgelehnt. Ein Grund dafür, die AfD setzt sich für Dinge ein, mit denen andere Parteien nicht einverstanden sind. Zum Beispiel findet die AfD, dass zu viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland einwandern und dass das schlecht für Deutschland ist. Außerdem setzt sich die AfD auf besondere Art für ihre Ziele ein. Sie versuchen den Menschen zum Beispiel absichtlich Angst vor Flüchtlingen zu machen. Andere Parteien finden das nicht in Ordnung. Ein weiterer Grund, warum die anderen Parteien die AfD ablehnen, in der AfD gibt es einige Menschen, die rechtsextreme Ansichten haben. Rechtsextreme denken, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Sie finden zum Beispiel, dass Menschen, die aus anderen Ländern stammen, in Deutschland nichts zu suchen haben. Und hassen Menschen mit anderen Hautfarben oder Religionen. Die anderen Parteien finden solche Ansichten falsch. Damit sie damit auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden, wollen sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Vertraue und glaube, bir